In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Chaga-Tee den Darm sanieren können. Eine Darmkur mit Chaga-Tee hat viele positive Auswirkungen auf die gesamte Gesundheit. Speziell geht es in diesem Video um die Darmgesundheit. Chaga-Tee ist ein Tee, der aus dem wilden Chaga-Filz hergestellt wird. Der Chaga-Tee verbessert die Zusammensetzung der Darmflora, neutralisiert schädliche Hefepilze wie den Kadida-Pilz und schädliche Bakterien wie E. coli. Durch die Chaga-Tee Darmkur verbessert sich der Stuhlgang. Menschen, die unter Verstopfung leiden, bekommen wieder regelmäßigen Stuhlgang. Jedoch stoppt Chaga-Tee auch Durchfälle, die durch schädliche Darmkeime wie Kadida verursacht werden. Denn Chaga-Tee ist immer ein ausbalancierendes Mittel, das den Darm zu seiner natürlichen Funktion zurückführt. Sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall ist Chaga-Tee ein sehr probates und auch bewährtes Mittel. Da viele Menschen unter einer gestörten Darmflora leiden, was zu Reizdarm, Magengeschwüren und Morbus Crohn führen kann, ist der Bedarf an Darmkoren hoch. Jedoch gibt es zur Zeit viele moderne Darmkur-Pulver, die jedoch einige Nebenwirkungen haben, weil diese modernen Darmkoren enthalten oft nur Pulver aus Apfel, Pektin, Inulin, aus Chicorée und Lactopacillen. Das Problem ist, dass diese zu 99% aus Ballaststoff bestehenden Präparate im Darm aufquellen und eine schwere Verstopfung auslösen können. Bei entzündlichen Darmerkrankungen sind solche hohen Mengen an Ballaststoffen kontraproduktiv und können zu schweren Schäden führen. Lactopacillen als Pulver gelangen auch nicht in den Darm, sondern werden von der Magensäure zerstört. Das heißt, es sind dann tote Lactopacillen, die keinen Einfluss auf die Darmflora nehmen. Deshalb bringt diese Lactopacillen im Fertigpulver nichts. Das ist eigentlich eine Irreführung der Menschen, die glauben, dass da mit dem Darm geholfen wird. Lactopacillen entstehen im Darm, jedoch nicht von außen zugeführt durch den Magen. Das funktioniert nicht. Das gleiche gilt für Joghurts, die mit speziellen Lactopacillen werben, da diese Kulturen gelangen nicht in den Darm. Die haben keine Vorteile. Chagat-Tee als Darmkur, was ist da zu beachten? Was gibt es da zu wissen? Chagat-Tee wird in Finnland und Russland seit mindestens 1000 Jahren als Magen- und Darmtonikum eingesetzt. Das waren die ersten Einsatzgebiete, Magengeschwüre, Gastritis, Magenkrebs und Darmkrebs. Das sind alles die ursprünglichen Einsatzgebiete von Chagat-Tee, auch zur Behandlung von Sodbrennen, Reizdarm und Ligigat. Ligigat ist natürlich eine moderne Erkrankung, diese kleinen Wunden im Darm. Da ist jedoch Chagat-Tee das Mittel der Wahl, weil er Wunden schließt, ist blutungsstillend und entzündungshemmend. Auf sanfte Weise lindert Chagat-Tee Entzündungen und heilt kleine Wunden in der Darmschleimhaut. Bei schweren Erkrankungen wie Morbus Crohn kann es natürlich einige Monate dauern, bis sich der Darm erholt während der Chagat-Kur. Morbus Crohn ist ein spezielles Thema. Es sind entzündliche Stellen, es sind offene Wunden im Darm, die bluten können. Das ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung und da brauchen die Menschen eine sehr leichte Ernährung. Und deshalb sind zum Beispiel Ballerstoffe völlig falsch bei Morbus Crohn, eine der schwersten Darmerkrankungen überhaupt. Und es ist verwandt, Morbus Crohn mit Colitis ulcerosa, das gleiche. Chagat-Tee ist da das Mittel der Wahl, weil er sanft diese Wunden schließt, aufgrund seiner blutungsstillenden Wirkung, seiner entzündungshemmenden und antibakteriellen Wirkung. Chagat-Tee hat den Vorteil, dass er mild ist und die verwundete Darmschleimhaut bei der Heilung unterstützt. Moderne Kuren mit ihrem sehr hohen Ballerstoffanteil können bei entzündeter Darmschleimhaut, Darmtaschen und anderen Problemen im Darm schwere Schmerzen auslösen oder sogar neue Wunden verursachen. Das ist vielen Menschen nicht bekannt, weil immer gesagt wird, Ballerstoffe sind so gesund. Und Ballerstoffe können eine negative Wirkung haben, nämlich bei Menschen, die Darmgeschwüre haben, die Wunden im Darm haben, dann wirken diese Ballerstoffe wie eine Bürste, die über eine Wunde geführt wird. Das ist also nicht gut, dass bei Menschen, die Darmprobleme haben, entzündete Stellen im Darm ist eine sehr leichte Ernährung mit Flüssigkeitskurs die beste Wahl. Nicht harte oder sich zu verhärtende Ballerstoffe, die im Darm wirklich sehr, sehr große Probleme verursachen können. Selbst wenn sie mit viel Wasser genommen können, Ballerstoffe, insbesondere auch Weizenkleie, die können sehr, sehr schwere Verletzungen im Darm auslösen, zumal sie sich zusammenkleben und dann an einigen Stellen schwer durch den Darm durchkommen. Also es gibt sogar Menschen, die sich durch Ballerstoffe eine Darmverschlingung zugeschaltet haben, die operativ entfernt werden muss. Also mit Ballerstoffen muss man schon vorsichtig umgehen. Ballerstoffe sind natürlich nicht grundsätzlich schädlich, sind in unserer Ernährung allerdings auch enthalten. Und zu viele Ballerstoffe sind gerade bei Darmerkrankungen nicht vorteilhaft. Viele Menschen bekommen auch schwere Belehrungen von Ballerstoffen. Definitiv ist es also so, dass Chaga-Tee die sichere und erprobte Alternative für den Darm ist, weil er keine Ballerstoffe enthält, jedoch den Darm auf sanft und sichere Weise wieder gesund macht. Ein funktionierender Darm zeigt sich durch regelmäßigen Stuhlgang und eine bessere Aufnahme der Nahrungsbestandteile. Die Chaga-Tee Darmkur verbessert den gesamten Stoffwechsel. Am Anfang der Teekur können sie Durchfall bekommen, jedoch nicht ist das nicht garantiert. Es gibt also Menschen, die merken erstmal gar nichts, durch die Chaga-Tee ändert sich nichts, andere bekommen leichten Durchfall. Das ist also individuell unterschiedlich. Wie funktioniert die Chaga-Tee Darmkur? Sie trinken 2 Tassen Chaga-Tee pro Tag, die erste Tasse morgens etwa 300 ml auf nüchternem Magen, gleich nach dem Aufstehen und die zweite Tasse am Abend 30 Minuten vor dem Abendessen. Durch diese einfache Kur verbessern sie die Gesundheit des Darms mit der Zeit. Der Vorteil von Chaga-Tee ist die sichere Anwendung, bekannt aus 1000 Jahren Volksmedizin. Sie wissen also, was sie haben durch Chaga-Tee, können sie nur profitieren, sie können keine negativen Erfahrungen machen. Chaga-Tee ist sicher für den Darm, ist sicher eine Anwendung, kann mit allen Nahrungsmitteln oder Nahrungsergänzungen, selbst Medikamenten kombiniert werden. Denn es gibt keine Gegenanzeigen für Chaga-Tee. Kinder ab einem Jahr können Chaga-Tee trinken bis zum Alter von 100 Jahren oder wie alt man wird. Auch schwangere Frauen können Chaga-Tee trinken. Das ist also ein sehr, sehr sicheres Naturheilmittel. Soweit zu einer Darmkur mit Chaga-Tee. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie meinen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.